Da könnte der Fallschirmspringer raus. Mal gucken, ob wir sie furzen schaffen. Geht mal hinter mich weg. Die geht gut los. Die startet schön. Notlandung. So sieht es gerade aus. Notlandung, Kalia. Das ist immer verschwunden. Das hat aber ein Windstuhl. Das kriegst du. Laden der erste Mal. Geht noch nicht. Schleif noch nicht. Machen wir noch vier Runde fertig. Ich versuche hier vorne zu bleiben, dass ich gleich weiß, wie ich dann landen kann. Wegen Wind und Wasser. Das sieht aus, als ob der Kreis da nicht nur noch die Beine runterkommt. Dann sieht es aus, als ob der im Kreis dann irgendwann runterkommt. Ja, das ist ja gar nicht so einfach. Also die Goren führe ich lieber mal nicht. Ich habe irgendwie Angst, dass die Tragflächen beruhigt sind. Boah, siehst du? Die sind jetzt durch den Wind. Okay, und jetzt muss ich erstmal die Landeposition zeigen. Hier hinter mal. Geht mal rein. Geht mal rein. Geht mal rein. Jetzt habe ich schnell verloren. Ach Gott. Geht mal rein. Geht mal rein. Geht mal rein. Geht mal rein. Das war doch geil.